und herzlich willkommen zu einer neuen folge kiwi mal wieder mit den lieben kleinen einhorn und heute die letztes mal habe die woche eins werde gemacht bei marcel da gab es auch das war witzig ne marcelo ja und jetzt wird gebacken liebe freunde backen das gebacken ja es war richtig ja wir packen was wir warten mich also das weiß ich habe gemacht in der weihnachtsbäckerei gibt es manche leckereien die frau dir von der wachs netzgerei was gibt es nie dass die wachs netzgerei zwischen mehl und mich gibt es aber ich höre jetzt mal auf bevor es kommt wie weit genügend gibt marcel da steht die ganze zeit auf freund warten wo kommst du mal marcel ja ich kann ja machen was ich komme vorbei schoko und doppelte stachelbär ich habe keine ahnung was ein stachelbär ist du weißt nicht was das stachelbär ist nein das sind wir schon zu zweit wo soll ich den teig machen ich drücke platt so jetzt machen wir eine jetzt wollen wir schokolade ich sagte schokolade schokolade dann nicht und warum wo die hat Sorry Ah! Zucker mit Stachelbeeren und Schokolade. Aber hier sind jetzt liebe Schokolade. Ah, jetzt! Marcel, jetzt! Warum ist dein Essen um? Was? Den Keks im Essen. Hä? Ich würde schwarz büttel Keksen. Stachelbeeren. Ich kümmere mich jetzt um das Ende. So. Ja, das Ende haben wir Marcel. Ah! Hallo! Guck mal Marcel, ich habe unsere ersten Keks. Lass uns den Kunden das wunderschöne Geschenk geben. Wie bitte? Weil ich den Keks aus den Kühen habe. Weil ich den Keks aus den Kühen habe. Wird mich mit mir auch noch sehen, was da passiert. Das machen wir aber nicht. Nein. Doch, das mache ich gleich. Nein. Marcel, es ist eine schlechte Idee, mich auf so Sachen, auf so eine Idee zu bringen. Ich merke es gerade. So. Will der noch was? Will der noch mehr Schokolade? Also. Ne? Ah, der ist das nächste geschafft. Hm. Reicht das? Der will noch mehr Schokolade. Marcel, der Typ ist ein bisschen süchtig. Geil. Was? Der Schoko ist geil. Der Schoko ist geil. Der Schoko ist geil, aber... Nein, der Typ ist Schoko geil. Er liebt Schoko. Ja. Ah, jetzt ist er mal glücklich. Schokonadel. Heiß, 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 heiß. Los, komm, 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 komm. Marcel. Ich liebe, dass meine Federn jetzt irgendwo schlicht sind. So. Oh, Marcel, aber die Aufgabe würde ich gerne auch mal machen. Die war richtig geil. Mit den Keksen. Guck. So sagen würde ich den im Spiel viel öfter machen wollen. Ich nehme den Keks. Ich kriege den Keks. Ich kriege den Keks. Ich habe den Keks. Nein. Nope, Mach du ihn rein. Ja. Ich habe den... Ah, da... Ich hab sie... Ja, ich habe... Ha, ha, ha. Du bist wieder da. ganz 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 also bei den level hat mich silber schaffen können aber nein ist doch halb so ich würde sagen wir machen auch das leben teile und ganzes es wird uns das hinten für standen oh nein das ist auf englisch die texte okay tief werden ja das kann ich irgendwas mit englischen texten gesehen ist doch nicht ich glaube power mond hat augen wie hübsche orangene farben blumen und glöckchen im bad er hat einen großen breites lächeln wie rote er kritzen ja den somit nachbauen dafür brauchen wir jetzt erst mal eine form ich sehe die form hier ich höre schon mal die glocke das ist keine glocke dass das feld da oben ist die glocke ach ja weihnachten obwohl es eigentlich nicht ich werde die glocke glocke ich schon mal da ist das denn nicht schön was ist das eigentlich nur random wenn du irgendwo laufen so die orange blumen weit und breit kommt jetzt auch dabei so dann noch die nächste blumen sind so ich höre schon aufzureimen oder war das überhaupt rein ich hab keine ahnung wo ist die tante blume wo meinst du orange in der blumen ja bitte macht jemand dahin danke jetzt braucht der kleine noch ein schal dann ist alles wunderbar leider habe ich kein schal ja wir haben es ein kind haben wir schon mal glücklich gemacht was okay wenn es sein muss noch ein blatt so muss nach der hinten und zu gucken wer braucht noch grüne augen also diesen apfel oder hier steht kirche aber was weiß ich was das für eine frucht ist was ehrlich komme ich kann ich habe ich hätte kein bein aus dem fenster gepackt ich bin aus fetter gepackt nein ist doch nicht die augen soll ich mal er braucht noch was das da haben hier die komischen vogel ist davor schon warum hast du diesen komischen fähler aufgesetzt wir brauchen noch irgendwas orange schönes glaube ich oder warte mal dass wir mal gucken was braucht ihr noch ich bin überfordert ich komme nicht hoch man der eine braucht nur noch die zunge da oben wir haben uns was wir sind gut damit würde ich sagen es war es mir die heutigen folie schaut beim Marcel vorbei und seinen kleinen Einhorn und bis zum nächsten Mal. Marcel, möchtest du noch was sagen? Abonniert, freut mir auf die Räder. Danke. Und ja, tschüss.